Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch das Buch Wem gehört der Schuh aus dem Huber Verlag zeigen. Das ist eine Bilibri Edition und zwar hat das Buch 28 Seiten, kostet 18,50 und wird ab vier Jahren empfohlen. Wie gesagt handelt es sich um diese Bilibri Edition, das bedeutet es ist ein zweisprachiges Buch und aus dem Bilibri Verlag, bei der neben der Deutschen parallel die Geschichte auch auf Russisch erzählt wird. Das heißt hier steht dann eben Deutsch-Russisch und man kann die Geschichte parallel lesen auf beiden Sprachen. In diesem Buch selbst geht es um eine Maus, die eines Tages vor ihrer Mäusehöhle einen Schuh findet und nicht weiß, wem dieser gehört. Also macht sie sich auf zu verschiedenen Tieren, um rauszufinden, wem der Schuh denn nun gehört. Als der Frosch es nicht weiß und auch der Igel nicht, wollen sie der Maus helfen und kommen mit. Auch das Eichhörnchen und der Hase wissen es nicht und auch nicht der Biber, doch die Tiere haben immer wieder Einfälle, wie sie den Schuh nutzen können, um zum Beispiel einen Fluss zu überqueren. Und wem der Schuh tatsächlich gehört und wie dieser dann aber ein Haus für die Meisen wird, wird nicht verraten. Aber die Geschichte animiert die Kinder zum Mitmachen, wenn sie zum Beispiel die Tiere aufzählen, die sich auf den Weg machen oder was der Schuh alles für die Tiere sein konnte in dieser Zeit. Ich fand die Bilder ehrlich gesagt nicht so sehr ansprechend, muss ich sagen, aber meine Kleine hat dies nicht gestört, sodass das Buch gerne bei uns gelesen wird. Die Übersetzung ins Russische ist sehr gut und eignet sich super dazu, wenn Kinder zweisprachig aufwachsen, die Sprachkenntnisse mit einfachen Kindergeschichten einfach zu vertiefen. Das lesen wir sehr, sehr gerne, weil auch mein Kind zweisprachig aufwächst. Deswegen fand ich auch das Buch ganz gut in unserer Sammlung. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Infobox vorliegend. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch gerne meine weiteren Videos an. Macht's gut! Und dann geht's gut!